Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 18.10.2021 und unser DAX, der hat ordentlich durchgeblasen am Freitag. Also, wir haben schon sehr lange keine bolischen Bilder mehr in die Startanzeige reinhängen können. Also, das ist schon gut, weiß nicht, vier, fünf, sechs Wochen her und sind halt seitdem im Abwärtstrend rumgefuchtet. Wenn wir uns an, wenn wir vielleicht das noch mal kurz zurückstellen und erst mal noch mal sagen, okay, wir setzen uns noch mal in letzte Woche Sonntag zurück. Dann hatten wir eine Ausgangssituation, in der der DAX im Wochenchart die Karte stehen lassen hatte, wo wir gesagt haben, da muss er ein bisschen aufpassen, dass er oberhalb der 15.270 dann halt nicht durchstartet, weil es ist ein bullisches Umkehrsignal gewesen, es ist eine Signalkerze gewesen und alles, was er dafür gebraucht hat oder gebraucht hätte, so haben wir es am Freitag, nee, am Sonntag ja besprochen gehabt, wäre ein Überwinden von 15.270, was er dann durchaus nutzen könnte, um sogar bis zu 15.680, 15.700 zu erreichen. Wenn wir jetzt angucken, was er gemacht hat, ist es zwar, ist es definitiv die bullische Variante, die angetriggert wird, nee, er hat ja die 15.270 überwunden, er hat sie überschritten und ist auch ein ganzes Stück hochgegangen, ist aber auch noch nicht final, hat das nicht ausgeglichen bekommen halt, das heißt, wir haben jetzt hier noch kein V in dem Sinne drinstehen, sondern sind erstmal noch bis ans mittlere Bollinger Bandrand gesprungen. So, für die nächste Woche wird es daher jetzt sehr interessant, löst sich der DAX nämlich jetzt weiter oben raus, ja, und das ist jetzt, deswegen ist mir wichtig, dass wir hier drauf gucken, sollte er jetzt sich über dem mittleren Band wieder etablieren, wäre zumindest erstmal aus einer negativen Chartlage raus, wäre es sogar fast aus einer neutralen Chartlage raus und geht dann rein in die positive Chartlage wieder, ja, die er jetzt sehr lange Zeit jetzt erstmal nicht gesehen hat, zumindestens, wann haben wir, wann hat man hier Trendbruch drinne, am sechsten in der Woche vom Anfang September, ne, es ist gut sechs Wochen her, es kommt, passt schon, ne, also sollte der DAX jetzt auch oberhalb hier jetzt weit treiben und insbesondere auch oberhalb von 37 weiter Käufer für sich motiviert bekommen, dann kann der schon diese Woche bis zur 16.000 durchziehen, ans Bandrand, ja, 15.990, das wäre das Bewegungsziel und das sollte man einfach so ein bisschen für die kommende Woche auch mit im Blick behalten, ne, dass da oben schon noch Platz ist, wir werden nämlich jetzt die ein oder andere Sache besprechen, die durchaus nach unten gehen kann, aber mir ist es immer wichtig, auch von oben nochmal drauf zu gucken, damit man das einfach im Hinterkopf hat, ne, und letzte Woche haben wir gesagt, schreibt euch das auf einen Zettel, oberhalb von 15.270 kann der DAX, egal ob Dienstag, Mittwoch, Montag, Donnerstag, Freitag, kann er weiter oben durchschieben, eben bis sogar zu 680 und 700 hoch, das heißt, wenn man Short probiert, absichern, ne, begrenzen, nicht irgendwo dann Risiko offen lassen, weil der Markt halt einfach durchdrücken kann und treiben oder eben halt Longs suchen, ne. So, das war letzte Woche, jetzt neue Woche, neue Woche ist für mich klar, Risiko oberhalb von 700, 37, dass der sich wieder in die 16.000 reinschiebt und dann hätte die komplette, schwache Monatskerze aus dem September ausgekontert, dann wäre die Schwäche erstmal wieder verfallen, ähm, der Markt wäre wieder ziemlich positiv, könnte neue hochsetzen und stünde eigentlich schon nach, ja, das Endrelle, die dann definitiv schon begonnen hat, ähm, stünde dann auch nichts mehr im Weg. Das Einzige, was er dazu machen muss, ist, und dann gehen wir jetzt wieder zurück auf den Tagesschart, ist hier einfach, ähm, abwärtstrend zu killen, jetzt halt, ne, und dafür braucht es nicht viel, er muss einfach zum Montag noch durchschalten. Wir haben im gestrigen Video gesagt, ähm, es ist Verfall am Freitag, also jetzt die letzte Kerze ist die Verfallskerze, wir sehen gerne mal zum Donnerstag eben auch typische, äh, ich würde nicht sagen, Überraschungskerzen, aber Kerzen, die so ein bisschen unvorhergesehen kommen, ähm, das hat man ganz oft mal vor einem, vor einem, vor einem Verfall und deswegen hatte ich gesagt, ich will mir gerne den Freitag und den Montag erst mal angucken, um zu werten, war denn das Hochgeziel jetzt vielleicht einfach noch Verfalls getrieben. Wir sind jetzt hier wieder an den Abwärtstrend rangekommen, der Fall ist, Verfall ist jetzt vom Tisch, sollte es dem DAX jetzt nicht gelingen, die Stärke beizubehalten, die jetzt hier drin gewesen ist, und auch den anderen Indizes, dass es nicht gelingen, die Stärke beizubehalten, die da drin gewesen ist, wäre das jetzt nicht verwunderlich, wenn er jetzt auf dem Stand eigentlich stehen bleibt und umdreht. Ja, klammert mal ein bisschen dieses, das, was wir im Wochenchart jetzt besprochen haben, erst mal aus, weil das triggert sich ja ein, wenn der DAX da über die 737 noch weiter schiebt. Wir sehen das ja auch hier, ne, haben hier auch entsprechende Trigger, könnten die vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer ansetzen, könnten sagen, also im Grunde, ja, es geht schon über 37, geht das schon los halt, ne, so, dass er hier wieder seine Chartlage dreht, na, und dann einen Abwärtstrend beendet und reingeht. Stößt er sich von hier jetzt aber runter und schiebt uns den ganzen Montag nur geradewegs zurück, hätten wir hier im Bereich um 500 bis, ich sag mal, 460, eine erste, 15 bis 460, eine erste Unterstützungstunde und ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass zum Montag dann gar nicht viel mehr passiert halt, ne, also wenn er sich wirklich jetzt auf der Stelle umdreht und er hat jetzt hier bloß diesen Abwärtstrend angeschlagen und macht vielleicht noch ein Aufwärtstrend, verkauft das ab, könnte ich mir eher vorstellen, dass wir montags tief im Bereich um 510 bis 460 bekommen, dort dann auch erst mal verweilen und dann zum Dienstag probieren, ob man weiter runterkommt. Nächste Station wäre dann hier im Bereich des mittleren Tagesbandes um 153,20 rum, 153,10, 153,20, ne, das ist die nächste Stelle und alles, was dann tiefer als 320, 270 insbesondere gilt, ne, 320 und 270, das dann wieder negativ, ne, dann sind wir wieder aktiv im Abwärtstrend unterwegs, treiben runter und dann wäre die 200-Tage-Linie der nächste Schritt, ja und damit haben wir eigentlich schön abgrenzbare Bereiche, 510 bis 460, 320 bis 270 und dann eben hier unten die 200-Tage-Linie um die 15.100 rum, die auf der unteren Seite interessant sind, wenn wir denn jetzt hier auf der Stelle eindrehen, ich würde mich für einen Montag jetzt nicht früh direkt gleich, ähm, positionieren, auf Basis jetzt, ähm, zu sagen, ja, ich gehe jetzt fest davon aus, dass er, dass er steigt, oder fällt, ne, es sei denn, man hat irgendwo eine, ne, 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 eine Position noch offen oder vielleicht den Setup übers Wochenende zurückgestellt, was man gerne fahren wollte, ähm, aber jetzt so rein zu sagen, okay, aus der Basis raus muss er jetzt steigen oder nicht, er ist genau an der Kante, er hat eigentlich beide Möglichkeiten offen, ne, da wäre mir jetzt halt wirklich wichtig zu sehen, okay, schiebt er nach oben oder schiebt er nach unten zum, zum Montag halt, ne, ähm, insbesondere, wie geht er mit einem Gap um, closed er das gleich, lässt er das offen, also da kann man viel jetzt am Montag rausnehmen, ähm, um dann in die neue Woche reinzugehen, aber für mich ist eigentlich auch wichtig, den Montag nochmal ein bisschen so im Auge zu behalten, halt, ne, ein bisschen zu gucken, was macht er jetzt nach dem Verfall, es ist ja nur ein kleiner Verfall gewesen, es ist gar nicht so bedeutsam gewesen, ne, aber nach einem Verfall, das immer vor dem nächsten Verfall und die nächsten Verfallstermine bekommen durchaus wieder an Bedeutung, gerade so ein Dezemberverfall, das ist schon mit einer der wichtigsten Abrechnungsverfallstermine überhaupt im Jahr halt, ne, September und, ähm, Dezember, die haben immer ordentlich, ordentlich Schmatz drinnen, ähm, Punkt, ja, und, äh, oben sind die Bereiche eigentlich auch leicht absteckbar, ne, es ist zum einen jetzt hier die, die, die 615, 620, wo wir schon dran sind, der nächste Bereich ist dann eben hier tatsächlich um die 37 rum, und alles was darüber geht, geht dann tatsächlich wieder Richtung 900, ne, die kennen wir alle noch, die hat oft rumgestänkert, die 940 und die 16.000, na, und dann sind darüber auch schon wieder neue Allzeithochsmüchse, das ist so, ne, und von daher wird es sehr, sehr, sehr interessant, wie unser DAX zum, zum Montag sich jetzt verhält, ne, wir sehen auch hier, Pullback-Niveau erreicht, wir hatten ja, erinnert euch, wir hatten ja auf unterer Zeiteinheit die Pfeile hier tatsächlich hier oben liegen, ähm, hätte so jetzt auch nicht geklappt, ne, ich hatte gesagt, ich habe mich jetzt geärgert, dass ich ihn runtergezogen habe, aber es hätte auch hier, wäre jetzt nicht schön angelaufen, wäre jetzt nicht schön angesprungen, ist aber trotzdem noch so, ja, dass, dass, dass wir hier wichtige Punkte haben, ne, die Zone, die gibt dem Markt schon Potenzial, auch unabhängig von diesem, von diesem Tagestrend, den wir haben, sich hier nach unten zu stoßen, die 616, ne, erinnert ihr euch dran, da hatten wir drüber gesprochen und die Worte nachbürstlich auch noch erreicht, das sieht man jetzt hier gar nicht, ähm, der hat Punkt, also Punkt auf den Stoß, auf die Kerze, es ist je nach Kursindikation unterschiedlich gewesen, manche waren es sogar noch an der 616 dran, manche noch nicht, aber hätte durchaus das Potenzial sich von diesem, von diesem Stoß jetzt hier auch wieder nach unten wegzudrehen, ne, und das noch nachzuholen, das nachzulagern, aber da will ich den DAX mindestens jetzt mal wieder unter, ich sag mal 15,580, unter 15,570 treiben sehen, sehen wir den am Montag gar nicht unter 15,570, dann würde ich schon Raum geben bis 670 und bis 87 vielleicht erst mal, ne, an die beiden Stationen rein. So, und ziehen wir mal unsere alten Linien hier noch ein bisschen Seite, also Seite und dann können wir eigentlich das Video für heute zumachen, mehr gibt es nicht, Zonen sind, finde ich sehr klar, sehr schön, sehr zentral, ähm, da muss man nicht viel hin und her schieben, hm, äh, die lassen sich relativ leicht identifizieren, dann greifen sie in der Regel auch besser, ne, wenn sie angelaufen sind und was man hier halt auch von oben kommend sagen muss, ist, ja, dass das hier unten, dieses Hoch hier, die 15,270 und das offene Gap hier auch enorm attraktiv sind, ja, genauso wie in der 435 auch attraktiv ist von oben nochmal, ja, also im kurzfristigen Bereich, ja, das sind, das sind schöne Anlaufstationen, die unser DAX jetzt hier holen kann, wenn er sich denn eintritt, einen Fokus auf die 270, vielleicht sogar vor dem Gap hier 320, das deckt sich eigentlich auch gut mit der Tagesansicht und, ähm, von oben Unterstützung im Bereich um 460 und 435, ähm, was hat man hier noch mit drin, ne, wir hatten die 500 aus dem Tagesschatten drin, die deckt sich hier jetzt nicht so, na, ist die 500 eher die 460 auf der Stundenebene und die 435, ne, das sind so die ersten Brocken, bevor dann hier unten das reinkommt, und von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie er jetzt nach dem Verfall umgeht, ähm, der kann durchaus direkt wieder umkippen, unterschätzt das nicht, und ich würde ja wirklich im Wochenverlauf immer mal wieder auf die Wochenkerze gucken, weil wenn der nach unten arbeitet, äh, der, der hat jetzt wirklich zwei Tage durch, das, das hier ist halt eigentlich nur Verfall gewesen halt, ne, das ist im Rahmen des Verfalls, sollte der Markt das gar nicht an, annehmen, dann ist das auch genauso schnell wieder rausgenommen, ne, das, das muss man ein bisschen im Kopf behalten, ne, wenn der, wenn der runter treibt, dass das vielleicht nicht bloß 50 Punkte wären, aber man sollte auch im Kopf behalten, wenn es eben nicht nur Verfalls betrieben ist, sondern der Markt tatsächlich hier seinen Jahresendrelais eingeläutet hat, dass da oben halt auch noch gut Platz ist, und durch diesen Kanal kann er auch ziemlich einfach durchlaufen, ne, nächste Station 6,70, 7,80, und dann sind wir wieder an 9,40, ja, und dann ist es, als Seite hoch, ein Klacks weg, na, okay, dann würde ich das so stehen lassen, wir gucken früh mal direkt rein, ne, sind wir über 600, sind wir unter 5,70, 5,80, und dann kann man schon für sich, schon mal die erste, hat man schon mal die erste, ich sag mal Sicherheit ein bisschen auf seiner Seite, und kann sich dann in die kleineren Bereiche, hier in die untergeordneten Bereiche rein traden, letztendlich auch, ne, gut, okay, habe ich irgendwas vergessen, nö, ich habe nichts vergessen, alles, was mir wichtig ist, haben wir erwähnt, und von daher würde ich sagen, viel Erfolg zum Montag, gutes Gelingen, und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.